Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass das hier mein Job ist. Dass ich mir in jeder Woche frei aussuchen kann, worüber wir reden. Retro Game Console Emulators, so wie Apple sie in seinen Regeln nennt, die schlugen nun im Upstore auf, zahlreich, von Delta über RetroArch bis PPSSPP. Und wir werfen heute mal einen Blick drauf.